hallo und herzlich willkommen hier auf the big reek eurem kanal zur gepflegten vermittlung von königlichem wissen vom 12 bis 16 mai findet das mr dodgy invitational 2.0 statt wenn ich zufällig drüber gestolpert bin ich ehrlich bin natürlich vorher noch gar nicht mitbekommen es ist ein einladungsturnier auf chess24 16 spieler großmeister sind einige weltklasse großmeister dabei wie anis giri oder daniel duboff und einige großmeister allerdings aus der zweiten reihe die man aber kennt weil sie eine dvd rausgebracht haben oder weil sie als kommentatoren tätig sind einer davon ist simon williams aus england und er spielte gegen daniel duboff in der ersten runde beziehungsweise es findet im ko format statt achtelfinale viertelfinale halbfinale finale logischerweise jedes match besteht aus zwölf partien bedenkzeit fünf plus null ja also der erste der sechsten halb punkte hat qualifiziert sich für die nächste runde tja und hier schauen wir uns mal eine partie an aus dem viertelfinale zwischen simon williams und daniel duboff der euch bekannt sein sollte weil ich habe vom jungen russischen weltklasse großmeister hier schon viele partien analysiert auf diesem kanal gerne seine playlist auschecken fangen wir an das war die dritte partie ihres matches geht los mit e4 c5 springer f3 sizilianisch d6 d4 schlagen schlagen springer f6 springer c3 springer c6 das ist das der klassische sizilianer weiß setzt prinzipiell fort mit laufer g5 das ist der hauptzug e6 hier wird meistens dame d2 gespielt mit der idee lang zu hochieren williams wählt den zug damit d3 mit der gleichen idee damit d3 versperrt allerdings den läufer hier auf dieser diagonale hat aber den vorteil dass der bau e4 weit ein weiteres mal gestützt wird es geht hier weiter mit laufer d7 in dieser partie lange ruchade a6 bereitet b5 vor f4 läufer e7 wir sehen das ganze hat jetzt inzwischen so ein bisschen eine ähnlichkeit wie die neidorf variante schwarz hat a6 gespielt und möchte b5 wollen lassen weiß hat hier den plan mit f4 entwicklung der dame und lange ruchade gespielt das ist auch in der neidorf variante sehr gängig hier denke ich hätte weiß so was wie springer f3 spielen können mit der idee auf f6 zu nehmen und dann ist schwarz gezwungen mit dem g bauern zu schlagen weil der bauer d6 hängen würde stattdessen spielte williams springer schlicht c6 läufer schlicht c6 dadurch kommt aber der läufer auf dieses schöne feld und greift den bauern könig b1 stellt den könig besser ruchade h4 wir haben jetzt eine typische stellung mit heterogen ruchaden wo weiß auf dem königsflügel attackiert und schwarz auf dem damen flügel b5 idee offensichtlich b4 hier ging es weiter mit läufer schlicht f6 vermutlich etwas zu voreilig alternative wäre e5 gewesen hier d schlicht d5 d schlicht d5 springer d5 und hier einmal schlagen auf die fünf denke ich läufer schlicht d5 dame g3 so eine stellung hier und die ist ausgeglichen schwarz hat zwar die etwas bessere bauen struktur aber weistet etwas aktiver hier und muss aufpassen dass hier auch ja also läufer schlicht a2 zum beispiel geht hier nicht falls ihr euch das denkt wegen dieser geschichte und weiß hat zwei läufer für den turm das ist sehr guter gegenwert und droht auch laufer f6 also hier dieses matt also läufer f6 zurück in der partie kam wie gesagt läufer schlicht f6 etwas zu früh gibt er den läufer ab läufer schlicht f6 vielleicht hatte er gerechnet dass er auf d6 schlagen kann aber das geht nicht hier für weiß wegen moment sorry das geht hier nicht wegen läufer schlicht c3 einfach und dann hängt der bauer e4 b schlicht c3 und jetzt kann man entweder die damen tauschen oder laufer schlicht c6 spielen laufer schlicht e4 spielen man beachte natürlich dass hier die dame gefesselt ist auf der d linie man kann nicht auf c6 nehmen weil der turm auf d1 hängt william spielte deswegen springer e2 gruppiert den springer um dame a5 aktiviert die dame dame schlicht d6 verbietet sich wegen turm fd8 und verlust des turmes auf d1 stattdessen springer d4 greift den läufer an turm a c8 bringt den turm ins spiel und deckt den läufer jetzt hier sehr logisch von weiß g4 wir sehen hier diese bauern phalanx die da angestürmt kommt da kann es schon einem angst und bange werden und jetzt spielt dubov sehr groß auf hier und das zeigt auch wie stark er ist er spielt sehr konkret hier ihr könnt ja mal überlegen was ihr ziehen würdet hier er findet hier eine sehr starke sequenz von zügen er nimmt hier auf d4 den springer dame schlicht d4 und jetzt ganz stark nicht turm fd8 hier den bauern decken sondern e5 ganz konkret natürlich darf weiß sie da den bauern auf die sechs immer noch nicht nehmen wegen turm fd8 die geschichte hatten wir hier das problem natürlich ist weil der läufer noch nicht entwickelt ist auf f1 und dadurch die türme nicht verbunden sind df schlicht e5 d schlicht e5 wäre eine alternative gewesen aber dann müsste die dame zurückgehen weil dame schlicht e5 turm f e8 das war die idee von dubov dass er hier den e4 gewinnt mit dem läufer und dann angreift auf den c2 angreift und den turm auf a1 stattdessen ging williams sofort zurück mit der dame e schlicht e4 dame schlicht e4 unser einer hätte wahrscheinlich jetzt direkt turm f e8 gezogen und den bauern angegriffen aber dubov spielt jetzt ganz ganz stark auch wieder sehr konkret der bauer auf d6 übrigens den ignoriert er die ganze zeit sagt er pass auf den interessiert mich nicht wobei der hängt sowieso nicht so richtig gerade man muss auch immer auf dame e1 passen aufpassen wenn der turm weg ist und damit die sechs geht sowieso nicht wegen turm fd8 das hatten wir unabhängig davon findet dubov einen starken zug und zwar läufer d7 er gruppierte läufer um der soll nach e6 und dann soll dieser bauer a2 angegriffen werden stark es ginge weiter mit h5 vermutlich sollte weiß eher prophylaktische züge machen sowas wie turm h2 vielleicht und laufer e6 b3 und dann würde der turm halt die schwäche c2 decken falls die dame hier reinkommt und b3 ist sehr wichtig um diesen läufer hier einzuschränken stattdessen griffe an mit h5 läufer e6 und jetzt spielte williams erstaunlicherweise hier a3 und das ist ein fehler ein dicker fehler hätte b3 spielen müssen um diesen läufer hier einzuschränken in die richtung er hatte wahrscheinlich angst vor dame c3 vielleicht aber dann kommt turm h2 und die stellung ist ausgeglichen schwarz kommt jetzt nicht weiter mit seinem angriff man kann turm fd8 spielen den bauern decken hier weil weiß kann jetzt auch die sechs nicht nehmen man muss mal aufpassen auf diese schach hier habe ich gesagt und ja die stellung ist ja wahrscheinlich kann mit der dame zurückgehen und sollte ausgeglichen sein gut stattdessen spielte williams a3 und das ist ein fehler warum und duboff spielt das eiskalt runter er spielt b4 der zug liegt auf der hand man greift hier den bauern a3 an das ist logisch das beste wäre jetzt gewesen also a schlicht b4 verbietet sich wegen diesem schach hier und dann dann geht das verloren hier man kann dann okay ich kann auch die variante zeigen könig c1 turm schlicht c2 dann läufer b3 schach dame schlicht b2 schlagen und dann ist der weiße könig offengelegt und die schwarzen schwerfiguren werden über den weißen könig herfallen das beste wäre gewesen hier turm d3 mit dem turm den bauern a3 decken dann kann man hier schlagen turm schlicht a3 dame e1 schach dame c1 dame schlicht e4 hier gewinnt schwarz in anführungsstrichen nur einen bauern erstmal steht aber nicht komplett auf gewinnen in der partie spielte williams h6 er greift an b schlicht a3 h schlicht g7 so das sieht jetzt super gefährlich aus für schwarz weil der turm bedroht ist der könig kann natürlich den bauern nicht nehmen wegen dame h6 und schach matt hier das ist natürlich quatsch aber dubuf hat alles gut gerechnet hier es gewinnt übrigens a schlicht b2 bevor ihr fragt aber das ist kompliziert der zug mit dem schwarz einfacher gewinnt lautet läufer a2 schach ja jetzt vorbei könig a1 verliert wegen a schlicht b2 das ist nicht besonders schwierig zu sehen könig schlicht b2 turm b8 schach und wenn der könig nach a1 geht ist der läufer e6 matt wenn der könig nach c1 geht ist turm b1 weil die dame hier das fluchtfeld kontrolliert gut könig a1 ist offensichtlich könig schlicht a2 ist aber auch nicht besser a schlicht b2 schach könig schlicht dame c3 schach könig a2 dame schlicht c2 schach und egal wo der könig hingeht es wird matt könig a3 ist klassisches treppen matt der könig ging nach a1 aber dann fiel der d1 mit schach und hier gab williams auf hier wird der auch matt gesetzt auf die gleiche art und weise treppen matt ja und insgesamt sah das match genauso aus wie in dieser partie im prinzip es waren hauen und stechen aber williams hatte keine chance dubov gewann sechseinhalb zu halb zu halb zu halb ein remis schaffte williams das ist also der klare unterschied auf so einem niveau zwischen einem super großmeister wie dubov und einem normalen großmeister williams und in dem anderen match ging es dem anderthalb auch nicht besser dort spielte nämlich anis giri gegen jose fernando cuenca jimenez sehr bekannt in der spanischsprachigen welt weil er als kommentator tätig ist und wirklich sehr viele fans hat und und giri gewann sogar sieben zu null das war durch eine herbe klatsche so ne sieben zu null ja in den anderen matches spielten allerdings da war das kräfteverhältnis nicht so klar santos virid aus indien gewann sechseinhalb viereinhalb gegen peter heine nielsen und david navarra gewann ebenfalls sechseinhalb viereinhalb gegen baskaran adibar ähm es folgen noch matches zwischen alexander grischuk und badur jobava und peter swittler und laurent fressiné oder nils grandelius gegen alexei schiroff also sehr interessante leute ähm derjenige der das turnier organisiert beziehungsweise die leute eingeladen hat ich glaube der gibt auch die die preisgelder mr dodgy glaube ich zumindest ähm hat sich wohl auch gewünscht dass da so interessante spieler teilnehmen wie gesagt das findet es geht bis zum 16 mai ich werde mir die partien tag für tag ja anschauen reinschauen gucken was davon interessant ist und was ich hier für den kanal präsentieren kann verfolgt ihr das turnier würde mich interessieren falls nicht dürft ihr gerne jeden tag hier vorbeikommen und gucken was ich so präsentiere ansonsten dürft ihr auch den kanal abonnieren falls ihr es bisher noch nicht getan habt oder auch mein zweiter kanal the big greek gaming und reactions vielen dank fürs zuschauen bitte